Noch ist alles friedlich in Schweinau. Doch das Chaos nähert sich mit Lichtgeschwindigkeit. Er ist unendlich weit von zu Hause entfernt. Er hatte Durst, er landet in Bayern. Und er traf Xaver. Bist du vom Himmel? Das ist mein Freund. Wer dem was antwortet, der kann was erleben. Dann schlag ich zurück. Das Unvermeidliche war, nicht mehr aufzuhalten. Jetzt kommt was der Lehm. Keine Probleme. Das ist ja gar kein Mensch. Mein Maschinen ist hin. Ist es hin? Ja, freilich ist es hin, sonst wäre er ja nicht da, oder? Jetzt, Zaubleusel, zeig, was du kannst. Muss unser Bubi was trinken, hä? Ja. Wie? Wie ein Sau. Ich hab dich warnt. Äpfel ist Vogel frei. 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 Halt dein Scherz'n Maul, du Machst, du Kreis. Ah! Ah! Der Hirsch, grunz, grunz, die Sau! Ah! Der Hirsch, der Hirsch, grunz, grunz! Ah! Ah! Leusel, geh auf der Sau! Keine Probleme. Genau! Pognes, verstehst du? Genau! Eine intergalaktische Gaudi für einheimische, Außerirdische und Zurkreiste. Der Mensch ist ein Tier, sozusagen. Keine Probleme. Der einzige K Snape. Aben V При Pisке. Evang dass mich nicht mehr offenkel. Bauch. Wenn du nicht nicht mehr kmschst,agarisch. Aber beinきた Scherz. Du mike?